Das ist ein gefrächtiger Saar. Habe ich sie auch da mit der Hand gestanden? Naja, weiß nicht, weiß nicht. Rupsen? Genau. Habe ich? Ja, aber die Finger wegflicken. Hehehe. Ich glaube auch nicht da. Hehehe. Na, so will ich gar nicht jetzt nicht füttern. Warte, ich spreche nur rein. Da ist mir noch gut drin. Hier Paprika. So. Fertig. Fertig, ihr habt doch was. Nicht ich. Ach, guck mal. Guck mal nicht. Guck mal nicht. Hier. 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 Vielen Dank.